Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Final Fantasy 9. Wir werden heute das Königreich Bumerke besuchen, das gleich hier ist und betreten es auch gleich. Denn der König ist hier in Gefahr. Das ist also das Heimatland von Freya. Hey Freya, komm schon, beeil dich! Fünf Jahre schon, seit ich meine Heimat verließ. Doch in meinen Träumen konnte ich sie nie vergessen. Keine Nacht, in der ich nicht von ihr träumte. Ich bin zu Hause. Auch ich habe mich seit damals gewandelt. Und nun ist die Zeit gekommen, in der meine Fähigkeiten als Drachenritterin auf die Probe gestellt werden sollen. Auch ich werde alles geben. Ich auch. Ich auch, Martin. Gut, dann lass uns gehen. Bumerke, ja, Reich des ewigen Regens. Ja, und das ist auch wirklich so, denn da scheint nie die Sonne. Aber was zu tun, bin ich denn wirklich imstande? Aber sich darüber den Kopf zu zerbrechen, dafür ist es jetzt zu spät. Also, es schüttet aus allen Wolken. Man sieht es hier. Oh, und hier liegt natürlich jemand. Leider verstorben. Huch! Ja! Und vor Bosskämpfen werden wir wieder nicht fliehen. Nein, nein. Die Standortregel behalten wir ein. Wir ziehen alles, was über den Weg läuft. Zur Not wird es auch gefressen, so wie der hier. Um Gottes Willen, was ist denn das? Alter Schwede! Na gut, greifen wir mal an. Ähm, ich würde sagen mit Feuer. Einmal klauen und dann abwarten. Feuer, yeah, yeah. Gut, er hat es überlebt. Schauen wir mal, ob man ihn schon fressen darf. Wie er eine Goldnadel stibitzt. Ungenießbar! Gut, wir haben den Daki schon die Erkorn. Super! Goldnadel, Potion und haufenweise Gold. Super! Ja, mit dem haben wir schon... Und dann... Was? Da war was? Ah, da ist noch jemand gestorben. Ja! Hier sind auch die Kämpfe ziemlich aggressiv. Bam, 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 bam. Ah, ja. Ich habe auch schon verspeist. Das heißt, das darf man nie wieder erledigen. Bitteschön! Das müsste reichen. Und... Tschüssi, Kowski! Da geht er zu Boden, bevor er was stibitzen kann. Super! Jawoll! Gut gemacht, Vivi! Bravo! Yeah, haut den Lukas! Und... Freya bekommt Level Up! Perfekt! Können wir gleich mal schauen. Beim guten Quinny. Queenie, 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 Queenie. Ob wir ihm was Neues anlegen dürfen. Der Vollmond dauert wirklich... äh... ja. 250, also die Gabel haben wir noch sehr lange. Den Federhut. Ah, okay. Kann er den Federhut behalten. Giftenhut... ja, da geht ja... Warte! Da geht nichts mehr. Seidenhemd. Da sind wir auch fertig. Und Kristallschild. Halsdruck. Halsdruck ist gut. Dann nehmen wir gleich das Halsdruck. Jawoll! Du warst. Wunderbrichtig. Dann schauen wir uns hier weiter um. Servus. Auch verstorben leider. Da drinnen. Da drinnen. Da drinnen. Da drinnen. Da drinnen. Da drinnen. Nettisch wieder. Schon wieder irrt, sag ich. Wirklich ein lästiges Bug, sag ich. Seid bereit zu sterben, sag ich. Seid bereit zu sterben, sag ich. Ja. Töten. Wir werden sicher nicht sterben. Ruf ich halt. Und Eis. So. Sprüngele. Jo. Einmal. Weißra. Und. Mal. Stifixen. Und Bibi macht das schon, oder? Haiya. Und. Changa. Da hat's gut gehauen. Eine Fönigsfeder am Stück geht's. Supi. Ok. Wo. Der hat's noch gebracht. Super, super meine Gerschef. Gut gemacht. Da freut sich unser Queen allein. Gemach, Subibibi. Ich glaube, Eisra fehlt noch, ne? Gemach und Eisra waren beide zusammen. Ihr seid ja immer noch nicht tot. Das wird dieser Generäle aber gar nicht gefallen, sag ich. Genau, und wenn die erst mal sauer ist, dann habt ihr gar nichts mehr zu lachen, sag ich. Nein? Nein, ich gebe ihnen jedes Mal eine andere Stimme, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht so recht, welche Stimme ich denen verleihen soll, geben soll. Schau mal da rein. Ja. Nein, die Seite war, glaube ich, für... Na, warte schon, die Seite ist zuerst, das stimmt schon. So, Goldnadel. Und einmal Potion. Jawohl. Potion, 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 Potion. Ah, da haben wir schon was. Bam, 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 bam. Na, die Seite war doch verkehrt. Zuerst die drübere, dann wieder hierhin. Und da wieder rüber, glaube ich. Aber wir müssen da in den zweiten Stock drauf. Einmal spitzen. Na, eigentlich würde ich ihn gleich können verhauen. Na. Einmal Sprung. Äh, Blauma-G, würde ich sagen. Uff, da da. Ich würde sagen, die Kürbisfalle, oder? Um natürlich nicht zu vergessen. Eisrahn. Super. Zidane, haut drauf. Gebar, gebar. Oh, da. Ah. 99, schade. Ah, schön. Das ist mehr. Quatsch. 1449, bist du, Quatsch. Das ist echt nicht schlecht. Das ist schwer. Bam. Lieb's auch noch. Hau, ha, ha. Geht schon. Mach, mach, mach. Verfehlt. Und Zidane. Jawohl, Minissa. Super, super, super. Level Up. Sehr schön. Nein, nicht das Wub, 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 Level Up, sie hat die Fähigkeit Level Up erlernt, die Freya. Wow, Ex-Mensch-Karte, Goldnadel, High Potion Potion und fast 700 Gilden. Boah. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann werden wir gleich schauen, ob unsere gute, liebe Freya, die Abendhaut, ob sie da was Neues anziehen kann. Schaut's hier aus. Oh Gott, hier nein. Da ist sie schon fertig. Ah, da ist sie auch fertig. Da gibt's nichts Neues. Und da hat sie eh noch zu tun. Und dann kriegt sie den Kristall-Shield. Der Fisch. Und da sind wir momentan fertig. La 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 la. Da sind wir momentan fertig. La 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 la. Und jetzt gehen wir da rüber. La 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 la. Und sie liegt noch. Oh, warte mal, geht's hier auch lang? Äh, nein. Ui, hier so, wieder so eine arme Sau, die gestorben ist leider. So, wieder kämpfen. Ja, da kämpft man, also hier in Burmereke kämpft man echt viel. Da kannst du keine 10 Meter weit, kämpfst schildern. Aber ist ja nicht schlecht, wir brauchen es ja. Das sind jetzt echt komische Typen, muss man echt sagen. Du Hussan-Kramverlust. Batsch. Der ist schon fertig. Zack. Jawohl, der hat's auch überstanden. Schluss aus. Er hatte keine Chance. Bravo, meine Erschaffung. Ja, woop, 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 woop. Quina hat Level Up. Sehr schön. Einmal Eta und ein Haufen Batzen. Einen Schuh. Und sind geliebt. Wenigstens regnet es hier drinnen nicht. Aber dafür, wenn man denn so viel Wasser, die können sich im Haus direkt gleich ein Wasserspiel leisten. Voll super, da hinten ist ebenfalls eine Ruhe. Eine Goldnadel. Oh. Ja. Wieder kämpfen. Haben wir schon seit 30 Sekunden. Immer. Aber wie gesagt, wir brauchen es. Wir brauchen das so dringend, die Lämmel abziehen. So, Stipizzi. Und? Vivi gibt. Oh, wir haben kein... Okay. Kein Mana mehr. Das heißt, der nächste Eta geht auf Vivi. Quatsch. Trotzdem hat es noch genau. Fein gemacht, Vivi. Sehr gut. Unterbrech. Fast 30.000 Hinschiff. Boah. Halt, Entschuldigung. Falsch Knopf. Ähm, so war das. Der liebe, gute Eta. Wunderbar. Jetzt geht es mir wieder besser. Fein, 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 fein. So. Uch, Tata. Was bist denn du? Eine hüpfende Kiste. Mit Händen und... Hilfe rufen. Ja. Da kann man auch wahnsinnig viele Punkte abstauben, indem man versucht, so viele Verbündete wie man, möglichst zu klatschen, bevor man die Kiste umbietet. Also ich würde sagen, gehen wir das Susann-Krapfen an. Ähm, so. Das müsste man reichen. So. Da. Quatsch. Jawohl, der erste Susann-Krapfen ist schon mal erledigt. Wahrscheinlich habe ich jetzt die Kiste. So. Hahaha. Jep, so schaut es auch aus. Bravo. Hahaha. So viel zu meinem Vorführeffekt. Jawohl. Ach, Gottchen. Yeah, Weihrauch... Äh, Dingens. Und Level Up für Titane. Wup, 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 wuuu. Level Up. Die Borsche. Tausend... Tausend gilt schon, was drüber. Äther und Phönix-Feder. Super. Wir gehen mal gleich wieder schauen. Drachentöter. Stimmt, Entschuldigung. Drachentöter hat die Liebe Freya gelernt. Ach, du Heilige. So. Der Hut ist, glaube ich, auch schon abgebraucht. Den können wir nicht wechseln. Große Hanisch. Gibt es auch nichts mehr. Gemeinstift noch. Holzauge. Jetzt ist man eh sehr gut unterwegs. Ich sage ja, das wäre echt schade gewesen. Also wie es mir am Anfang passiert ist, wenn man das alles schon können täte tut. Es wäre ja fast wie Schummeln, wirklich wahr. So, hier rüber. Dann hier rüber. Da fällt das jetzt dann runter. Gleich. Gemeinstiefel. Noch einmal. Super. Huch, tada. Und, huch. Genau. Jetzt haben wir eine Brücke für die drübere Kiste. Die gehen wir jetzt sofort. Okay, sofort nicht. Nach dem Kämpfen vielleicht einmal auf den Weg machen, dorthin die zu holen. Ich vergesse das immer. Es tut mir leid. So oder so, wir sollen halt ein bisschen auf den Weg machen. So, das müsste es auch schon gewesen sein. So, wir sollen die drüben. Oh, und Schicikowski. Wiedergestreckt. Ich glaube, ich werde ein bisschen anfangen, Mana sparen, denke ich mal. Ja... Haufen Ill, Potion und GoldenEX. Weil die werden ja auch kaputt, wenn man einmal Eis einsetzt. Achso, ich kann jetzt sprinten natürlich, Entschuldigung. Nicht nur gehen, sondern sprinten. Hopp, hopp, hopp. Jetzt schon gehen wir Vollgas. Dann kommen wir auch ein Stückchen. Huch, dadam. Schau, kommen wir sogar ein bisschen weiter, ohne dass uns jemand angreift. Auch nicht schlecht. Huch, dadam. Ah, aha, eine Angriffskiste. Angriffskiste, genau. Springkiste. Die haben nämlich auch einen Namen, muss ich gleich nachlesen. Momentchen, gleich, 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 gleich. Hilfe rufen, jawohl. Rufe nur. Fressen. Was willst denn du fressen? Genau, Mimik heißt Kiste und Hussan Magus heißt der Gegner. Ich sag gern Hussankrapfer dazu. Ein bisschen Weihnachtsstimmung schon mal machen. Eta aus dem Mittag, ich glaub, du Bastard. Soll ich ihn schon umnäten? Na, ich näte ihn noch nicht um. Guck mal so. Guck mal so. Guck mal so. Jetzt der Hussankrapfer da stirbt. Jawohl. Und die Kiste überlebt, ruft dann normalerweise gleich ein neues Helferlein. Bastard überlebt. So, Hilfe rufen. Seht ihr? Und so kann man sich da ein bisschen spielen, wenn man möchte. Na nun, kommt er nicht? Oh, der wird nicht. Oh, der wird nicht. Der arme Bibi. Jawohl, der ist auch schon. Und dann kann es gleich Bibi übernehmen. Ja und dann wieder abwehren. So kann man sich halt unglaublich viel spielen. Und dann kriegt man auch für jeden Gegner, der da stirbt, ne? Kriegt man ja auch Gild und so weiter. Aber ich glaub, wir werden da die Zeit uns nicht vertröden lassen. Wir bringen den jetzt zur Strecke. Okay. Ja. Ja. Machen wir trotzdem Eisreißen. Schaut einfach toll aus, die Fähigkeiten. So. Weg damit. Jawohl. Gut gemacht. Bravo. Supi. Was? Nur? Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Also das DP. Passt schon. Und wup, 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 wup. Level up für Freya. Und da seht ihr genau hier. 1255. Vorher waren es gerade noch ein bisschen über die 1000. Also ihr seht schon, da kann man sich echt viel Gild zusammen raufen. Aber das haben wir eigentlich nicht nur. Wir sind ja eh nicht so schlecht aufgestellt. Und natürlich, die EPs gibt es auch mehr. Selbstverständlich. Das gesamte Volk ausradiert, wenn du denkst, ne? Da ist niemand über. Ich muss mal schauen, ob da wohl nichts irgendwo versteckt ist. Aber es schaut nicht so aus. Auf den Balkon gehen. Ja. Oh, ruck. Genau. Und hier ist nämlich auch doch ein Überlebender. Ich bitte euch. Nehmt die Glocke, die unter dem Bett liegt. Geht zum Ballast und rettet den König. Hatschi. Oh nein, der nächste ist an meiner Schnupfel gestorben. Mein Beileidkumpel. Ich weiß, wie das ist. Ich habe den letzten auch nur zur Not überlebt. Ja, gerade so. Wenn ich die eine hübsche Dame gewesen wäre, die mich gesund gepflegt hat. Ach, das war ein Zeichen. Ja, ja. Äh. Moment. Jetzt habe ich ja Lili, ne? Hey. Kannst du da einfach so Kinder hauen? Hallo? Der auch? Wie das mit der Zunge ist ja eh krass. So, Vivilein. Deine Rache kommt. So. Boah. Dann, ne? Dann war er, glaube ich, gerade sauer. Sehr gut. Bravo, bravo, bravo. Gut gemacht, kleiner Mann. Ja. Freya. Sehr gut. Yeah. Freya hat HP plus 10% erlernt. Supi. Supi, supi. Kann die Gute, darf ich der Gute jetzt was anderes geben? Jagdspeer haben wir noch nix anderes, ne? Nein. Das hatten wir auch schon durch, ne? Ja. Hm. Jawoll, ein Kristallschild. Sehr gut. Du kannst noch was lernen, die Gute. Das freut mich. So. Hier irgendwo. Unterm Bettchen, glaube ich. Da ist was versteckt. Hier vielleicht. Unter dem Bett nachschauen. Ah, warte mal. Nichts machen noch. Moment. Ist da drüben... Ja, da ist noch was. Schau mal. Eta. Supi. Und jetzt da. Können wir machen. Unter dem Bett nachschauen. ... ... ... ... ... ... ... erhalten. Sehr gut. Und das war's ja auch schon. Auf den Balkon gehen. Ja, ja. Alle hoff. Da 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 da. Da da da. Da da da. Da da da. Was ist denn das für ein Gebäude? Ist das etwa Lindblum? Hm? Auf dem Tisch dürfte vielleicht Lindblum sein. So. Wir sprinten wieder. Nicht die Zeit von drüben. Huch. Da da. Da kommt noch ein Gegner. Ein großer, böser Gegner. Den hauen wir jetzt zu brei. Ja, 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 ja. Da gibt es allerlei. Da, 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 da. Da, ja, ja. Die wie leiden. Und ankleben. Und ankleben. Und ankleben. Und du auch noch. Hm? Wui. Bibi spiked trance. Trance. Batsch. Weg sei. Jawohl. Sehr gut gemacht. Bum, bum, bum. Yeah. Wub, 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 wub. Bibi hat Level Up bekommen. Sehr gut. Und eine Fähigkeit ernährt. Gold, Nadel, Potion und Haufen als Skill ist mit Salon. Super. Schauen wir gleich nach. Hm? Lieber Bibi. Was kann ich dir denn jetzt noch überreichen und geben? Machen du? Nein. Da ist nix. Da bissen wir auch durch. Durch. Und hier vielleicht noch was? Nein. Nein. Aber. Wir geben dir trotzdem einmal, 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 einmal für mein Stiefel. Für bessere Verteidigung und so. Also. Werte halten. Bessere Werte halten. So. Gut. Und wir laufen Richtung Königshaus. So. Rein da. So. Rauf da. Husch, 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 husch. Schnell, schnell. Jawohl. Und hierhin. Die Tür kriegen wir ohne Glocke nämlich nicht auf. Die gefundene Glocke läuten. Jawohl. Beide Glocken läuten im Einklang. Die Glocke in der Hand zerfällt zu Stau. Suba. Zitane. Hinter dieser Treppe liegt der Königspalast. Doch wenn ich sehe, wie verwüstet die Stadt ist, dann habe ich Angst zu sehen, was uns hinter diesen Stufen erwartet. Aber hier aufzugehen wäre falsch. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ich möchte auch wissen, wer diese Kerle eigentlich sind, die mir so ähnlich ählen. Äh, die mir so ähnlich ählen. Genau. Die mir so ählen. Entschuldigung. Siehst du, selbst unser kleiner Freund ist bereit, der Wahrheit gegenüber zu treten. Wir werden, also wir gehen zusammen, Freya, oder? Wir gehen doch zusammen. Bibi. Bibi. Hast du denn gar keine Angst, mein Lieber? Was dich hinter dieser Treppe erwartet, das könnte womöglich dein Leben für immer verändern. Ja. Womöglich schon. Aber... Aber ich... Ich möchte wissen, was für ein Mensch ich eigentlich bin. Oder... Ob ich überhaupt ein Mensch bin. Bibi. Was redest du denn da? Du schießt auf jeden Fall, wie ein weltliches Kind ausmacht. Da kommt jemand. Da ist noch einer. Steckt hier etwa unter einer Decke mit den Schwarzmagiern? Wir haben mit denen überhaupt nichts zu tun. Und überhaupt nichts am Hut. Hältst du mich für blind? Hinter deinem Rücken ist es etwa keiner von diesen schwarzen... Von diesen schwarzen Bruten. Ich... Ich gehöre nicht zu denen. Ich habe noch nie jemandem etwas getan. Ich... Kann ich das glauben? Du kannst. Oh, Freya. Schon lange her, nicht wahr denn? Lange her. Du machst mir Spaß. Worum alles in der Welt hast du gesteckt? Doch dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die Schwarzmagier sind uns dicht auf den Fersen und auch ihr solltet besser von mir verschwinden. Was trödelt ihr so? Beeilt euch! Wo befindet sich eigentlich der König? Der König? Den habe ich nicht gesehen. Für mich hat jetzt erstmal meine Familie Vorrang. Freya, vergisst den König. Schaut, dass ihr hier selber nebend rauskommt. Wenn ihr euch mit den Schwarzmagiern anlegt, ist das euer Todesurteil. Für mich hat meine Heimat und mein König Vorrang. Mein Schicksal liegt hinter diesen Stufen und nicht in der Flucht. Mhm. Okay. Wir gehen machen. Mhm. Dann gehen wir weiter. Und wieder ist hier jemand gestorben. Die ist meine Dame. Äh, ich glaube, bevor wir unten rein, müssen wir oben machen, glaube ich. Wenn die Säule umfallen würde... Keine Chance. Bewegt sich kein Stück. Dann schauen wir da rein, oder? Achja, stimmt, die Truhe da hinten. Gut. Dapp, dap, 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 dap. Oh. Wir liegen hier. Wieder ein Tod, leider. Da ist aber doch. Zuerst drei Entschuldigungen. Lass uns fliehen. Aber schnell. Ich... Ich kann mich nicht bewegen. Bring du dich in Sicherheit, bitte. Hör auf, so zu reden. Was habe ich denn schon auf der Welt ohne dich? Hast du etwa den Eid vergessen, den wir uns vor Gezahmerluke gegeben haben? Wie könnte ich das? Aber alles, was ich mir im Moment wünsche, ist, dass du überlebst. Und siehe unseren Nachwuchs so auf, dass ich stolzer für ihn sein kann. Denn mein Männerschnuffen ist einfach unerträglich. Nein, Liebster, komm mit. Hey, ihr müsst raus aus Bumirchia. Schlagt euch nach Lindblum durch. Der Großherzog von Lindblum wird euch sicherlich nicht abweisen. Aber der Schwarzmagier, also die Schwarzmagier, haben mein Mann übel zugerichtet. Er kann sich nicht mehr bewegen. Wie sollen wir, wie sollen wir es denn so bis nach Lindblum schaffen? Äh, Vorsicht! Oh, das war haarscharf. Du hast mich gerettet, Mann. Danke. Wie liebster. Wey, Gar, seid ihr in Ordnung? Ja. Ja, gerade nochmal mit dem Leben davon gekommen. Hey, könntest du mich vielleicht stützen? Ich schaff's alleine nicht. Ja, aber freilich, Kumpel. Selbstverständlich. Nochmals danke, Freund. Besuch uns doch mal, wenn unser Nachwuchs geboren ist. Geht klar, Freu. Freu mich schon drauf. Darf ich da noch drauf baden sein? Oh! Puh, da habe ich das aus Versehen nochmal richtig gemacht. Weil wenn ich hier zuerst drauf wäre, wäre das Ganze zusammengestürzt und hätte den Armkerl begraben. Puh, das ist schön. Unbewusst richtig gemacht. Bravo, Zocki. Ich kann doch mal was. So, und wir gehen wieder kämpfen. Diese Watschka besingen jetzt ganz fix. Ja, ja. Schön draufhauen. Und Zitane macht das schon. Jawohl. Bravo, bravo. Gut gemacht. Oh, eine Bomberkarte und haufenweise Gilds. Perfekt, dann gehen wir hier rauf. Äh, nein, wird auch nicht verflixt. Wie ging das nochmal schnell? Ah, ich glaube, durch den Einsturz, richtig, durch den Einsturz hat sich hier das hier gelöst. Wunderbar. Zur Belohnung haben wir hier eine Truhe und noch eine zweite. Jawohl. Potion Incent. Und dann gehen wir auch gleich weiter. Wobei, ich müsste eigentlich schon wieder aufhören. Aber die eine Kiste, da machen wir noch, die geht eh recht schnell. Und dann werden wir durch das Tor gehen. Wir machen ein kleines bisschen Überlänge. Weil da vorne gibt es dann bald Platz zum Speichern. Und das wäre für uns gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich den Part ist sorglos beenden. So, Zitanelein. Und geht schon. High Potion wurde gestohlen. Genau. Ui, und wie wir sind dran. Jetzt werden wir da ablehren. Das ist ein Wüsterwissen vom Süßen. Okay. Er ist aber toll. Jetzt hat er keine Magie mehr. Wie herrlich. Muss man gut. Na toll. Und ich wollte ihn jetzt da extra zur Schau stellen. Das habe ich echt super hinbekommen. So, einmal... Na, Eta ist ja auch... Ja, ist ja bestimmt. Nehme mal einmal Eta für den guten Givi. Und dann geht es vielleicht auch noch. Aber ich meine 114, ne? Schade. So, die gute Freya. Wird sich dann so hoffentlich in die Skleppen da drüben kümmern tun. Oder tun wir auch ab. Ja, ist eh wurscht. Das kann Givi alleine auch. So, einmal den Usankrapfer und einmal Mimik. So. Und dann passt das auch schon. Und sie ist schon besiegt. Mit heute ein bisschen länger trinken ist es sehr leid. Dafür. So. Dafür schafft sie jetzt beide zu besiegen. Ha ja. Quatsch. Und noch einmal. Und aus die Maus. Jawohl. Wunderbar. Und schnell zurück verwandeln noch. Genau, das muss auch noch sein. Sehr gut gemacht. Super, super, super. Sehr schön. Yeah, Quina bekommt das nächste Level Up. Sehr gut. Zweimal Eta sogar. Und taufenweise geht. Sehr schön. So, schnell da weiter. So, ja. Ach, hey. Wozuhin zuerst? Zuerst da lang. Auf jeden Fall nicht die Mitte nehmen. Stimmt. Da war es richtig. Da war es gut, dass wir hergegangen sind. Das ist die Waffenkammer. Das ist die Waffenkammer. Gibt es hier eine... Also gibt es hier keine Waffen mehr, die man noch gebrauchen könnte? Hm. Oh, was haben wir denn da? Dieser Speer. Gut ausbalanciert und leicht zu führen. Mitrittsspeer halten. Umso besser. Spieß damit ein paar Schwarzmage für mich auf, okay? Hm. Ups. Äh, ich mein... Ich und mein vorlautes Mundwerk war nicht so gemeint, Vivi. Ich... Ich weiß. Aber... Ach. Schon gut. Ach, Vivi. Das hast du ja toll gemacht. Super, Zitane. Zuerst denken, dann reden. Das wollte ich mir selber mal auf die Nase binden. So. Und hier werden wir jetzt einmal ganz fix zuerst da hinten... Da. Den Donnerstock uns holen. Oh, schon jemand da. Ist mir wohl jemand zuvor gekommen. Na ja, wenn du schon mal hier bist, willst du mir was abkaufen? Das hier ist der gute Stillskin, wie schon gerade oben gestanden ist. Aber wir tun jetzt speichern. Ja. Wir tun speichern, machen Schluss für heute. Nächsten Part machen wir schön brav Mognet und den Stillskin hier. Schauen wir, was er zum Verkaufen hat. Ja. Wir werden hier hin speichern. Und dann werden wir uns aufmachen zum Finale. der ersten CD, die es damals gab. Das weiß ich noch. Ich glaube, das war schon das Finale der ersten CD. Bin mir gerade nicht sicher. Wurscht. Egal. In diesem Fall, da wir es ja über PC spielen, gibt es ja nur keine CD mehr eigentlich. Passt. Sind wir fertig. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Und je nachdem, wo ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.